Hi, ich bin Markus. Willkommen hier im Urban Nation Museum. Ich stelle euch Die Face vor. Die Face ist Apokalyptiker, ein Wortspiel. Er kritisiert unseren Konsum von Oberflächen, von Marken, von Ikonen. Er benutzt aber dabei genau die Werkzeuge eben dieser Industrie, wie Werbeplakate in diesem Werk, was man hinter mir sieht oder in seinen großen Wandarbeiten, Comicfiguren oder Berühmtheiten. Er bedient sich bei den Stilmitteln der Popart, baut aber selbst Störer für uns ein. Wir stolpern in seinem Werk, es gibt Zombies und es gibt diesen Hund und wir denken, bei all dem Pop, irgendwas stimmt hier nicht. Denn er möchte, dass wir nicht sehen, sondern betrachten.